Große Trauer bei Guido Maria Kretschmer Wie der Designer nun überraschend berichtet, ist seine Mutter verstorben. Eine Nachricht, die niemand so kurz vor Weihnachten erhalten möchte. Doch für Guido Maria Kretschmer ist es gerade traurige Realität. Denn wie der Shopping Queen Moderator nun auf der Social Media Plattform Instagram öffentlich gemacht hat, ist seine geliebte Mutter vergangene Woche verstorben. Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mutter Guido Maria Kretschmer hatte stets ein gutes und liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter. Nun ist Marianne Kretschmer im Alter von 84 Jahren verstorben, wie Sohn Guido überraschend verkündet hat. In einem emotionalen Post auf Instagram widmet der Designer seiner Mama liebevolle Worte zum Abschied. Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt. Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele. Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin. Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast. Du fällst mir so sehr. Ein schmerzhafter Verlust für Guido Maria Kretschmer, der seine Mutter über alles liebte. Erst im August verstarb sein Vater Erich im Alter von 87 Jahren. Nun ist ihm seine Mama gefolgt, die an einer Demenzerkrankung litt, wie der 58-Jährige kürzlich in seinem neuen Buch 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung öffentlich machte. Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp-Broadcast-Channel von InTouchOnline.